...herum. Ja. Und was war die Untoten hier? Ja, hier sind die Untoten recht einfach gerade. Okay. Lass uns den Albus sein, Nachbar, mal in Ruhe und kümmern uns hier um um die Bogenschützen. Um den Bogenschützen, besser gesagt. Ach, da sind noch welche. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Okay, der Albus ist bald Geschichte. Bin unterwegs. Und jetzt? Aber klar. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. So. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Fast weg. Okay, Nachtmall ist weg. Äh, Albus weg. Nachtmall weg. Beziehungsweise erstmal die Untoten da oben weg. Was denn? Ja, ja. Aber klar. Und jetzt sofort. Ihr beide runter zum Nachbar. Ja. Für Wrakas. Nun. Komm schon. Was denn? Freunde, du haust mal mehr Schaden raus. Tung deal auch. So, jetzt die beiden. Noch weg. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Wo ist der nächste? Wo ist Tung deal? Da. Gut. Jetzt hat er sich zum Glück verkeilt. Oh. Hier ist noch eine ganze Menge. Los. Ich hab gar nicht zu fest zugeschlagen. Hm? Auf die Weg. Wo ist der nächste? Hm? Gut. Sind da noch mehr Untote? Oh. Von der unten kommt Zeug. Von der unten kommen ein paar Orbs. Da hinten ist noch gut, was zu holen. Und jetzt hol ich der nächste. Hm? Das geht noch nicht. So. Sehr gerne. Da ist einer weniger. Was denn? Hauks halten so wirklich viel aus. Beziehungsweise sie halten weniger aus als, ähm, dachtbare. Und ich find's lustig, wie die KI ein bisschen neckt. Richtig. Ja? Ja? Was ist? Erledigt. So. Was ist? So gut wie erledigt. Komm her. Jetzt mal sind wir leider nicht ganz so gut. Und jetzt muss ich als nächstes gucken, wo noch Gegner stecken. Das geborgene Land ist unser. Zu einfach. Stirb. Und jetzt? Da. Einer weniger. Ha ha. Bin unterwegs. Gut. Wo haben sich die restlichen Gegner versteckt? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Oh. Was denn? Wo ist der nächste? Die tauchen einfach hier auf. Ja, so. Gleich. Aber klar. Ich glaube, ich habe da was verpackt. So gut wie erledigt. So. Eigentlich ist hier oben noch nichts mehr. So, ein Haufen Bocklitz. Okay, gewonnen. Fast. Wir waren ein bisschen unter der Zeit. Aber wir haben wenigstens zwei Sterne gekriegt. Gut. Das heißt, wir können uns an den letzten beiden Herausforderungen wagen. Versuch mit deinen Helden möglichst viele Rucksackträger zu töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Rucksackträger töten. Das heißt, ich werde jetzt einfach wirklich gucken, dass ich Rucksackträger jage. Und schon wieder auf der Falschen. Wo ist der Nächste? Ja, ja. Zu unverstand. Ja, ja. Aber da. Einstellung. Ja, doch. Gleich. So schnell bin ich, weil ich. Aber zu einfach. Komm her. Ja, ja. Ja. Bin unterwegs. Jetzt jagen wir den Rucksackträger hier. Bin unterwegs. Oink, oink, kleines Schweinchen. Mist. Wieder vertippt. Ja, ja. Unfassbar. Ja. Hm. So, dann rennt Bowen da einmal hinterher. Oh, so gut wie erledigt. Gut. Tot. So gut wie erledigt. In Ordnung. So gut wie erledigt. Und der Nächste. Das klappt sogar ziemlich gut. So gut wie erledigt. In Ordnung. So gut wie erledigt. Ähm. Du haust mal das rein. Das ging jetzt leider etwas daneben. So. Hier kommt ein Ende. Bin unterwegs. In Ordnung. Bin unterwegs. In Ordnung. Hör auf ihm vor, dich herzujagen. Was ist? In Ordnung. So. So, dann töte ihn. Das ist Pech für dich. Was denn? Oink, oink, kleines Schweinchen. Einfach. So gut wie erledigt. So. Ich hab gar nicht so was zugeschlagen. Hier kommt ein Ende. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Und noch einer. Da sollten wir eigentlich schon... ...die Punktzahl erreicht haben. Komm, dein Ding ist aktiv. Jetzt hau mal was ordentlich raus. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Zu dem Fahrt. Hm. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Nun, was da? Einer weniger. So. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. Den da hole ich mir noch irgendwie. In Ordnung. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Okay, die rennen jetzt einfach... ...so gut wie erledigt. ...nur noch weg. Ja du. Gleich. Haha. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. In Ordnung. Mal sehen, ob ich den kriege. Bin unterwegs. Und dann... Bin auf dem Wald. Und jetzt... ...boink, oink, kleines Schweinchen. Ja. Bin unterwegs. Ich krieg irgendwie keine mehr vor. Die Flinte. Und jetzt... ...und selber nicht mal ich. Ja, ja. Hm. So gut wie erledigt. Ja. Naja. Aber ich denke, wir haben die Maximalpunktzahl erreicht. Boink, kleines Schweinchen. Ja. Nö. Nur die 300. Das war also ein Stern. Okay. Das heißt, wir können jetzt noch... ...Toboribor machen. Ähm. Ähm. Naja, versuchen wir es einfach. Hm. Wir hatten noch einen großen... ...guten Schadensoutput von all denen. Eigentlich Gando gar. So. Ich find's blöd, dass man immer... ...Fähigkeiten umzwitschen muss. So. QWE. Und hier dasselbe Schwinger... ...macht. So. 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 Gut. So. Der nächste. Und dann in die Richtung da hinten. Hm. Richtig. Sicher. Richtig. So. Niemand hält mich aus. Okay. Noch einer weg. Du tankst mal auf ein bisschen. Hm. Boimdall kann ja ruhig mal alleine stürmen. Bin unterwegs. Und sich... ...den hier holen. Stirb in Ordnung. Urge nicht. So gut wie erledigt. So. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Hä? Ha, ha. Lass dich hoch. Okay. Richtig. Wir werden grad von Fernkämpfern überrollt. Das geborene Land ist unser. Auf die Wege. So. Ja. Und weiter endlich. Gleich geht's wieder. Das geht noch nicht. Das ist ein Ende. Hm. Gut und gut. Was ist? Bin unterwegs. Und weiter. In Ordnung. Noch liegen wir eigentlich gute Zeit. Zeit. Von daher. Wo ist der Nächste? So gut wie erledigt. Richtig. Oh. Vorhierers geht's nicht runter. Wir haben grad wirklich viel zu viele Nachkampfkämpfer hier. Äh. Aber zu mir. Ich brauche Unterstützung. Äh. Wo ist Ganduga? Ganduga bleibt mal hier zurück. Und heilt sich. So. So. Jetzt wo wir die los sind. Gehen wir mal da rüber. Den Druck. Zerhacken. Das ist nicht so schön. In Ordnung. Bin unterwegs. So gut wie erledigt. Einer weniger solche Kreaturen. So. So gut wie erledigt. Äh. Ein Verschöster. Nun. Da. Einer weniger. Mh. Kann ich dir nicht irgendwie befehlen da runter zu rennen? Ah. Ich. Das ist das blöde an der, äh. Lock. Gelockten Kamera. Okay. Ja. Hm. Und jetzt. Ja. Was ist? Was denn? Zu einfach. Hö. Hm. So. Das dürfte sie etwas geschwächt haben. Dass wir hier mal kurz durchdrücken können. Nach da hinten. Dass wir uns den da holen können. Ja. So gut wie erledigt. In Ordnung. So gut wie erledigt. Dann einer weniger. Ja. Hm. Und jetzt ignorieren wir die einfach mal und rennen weiter hier hoch. Hm. So. Wohin. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Okay. Hm. So gut wie erledigt. In Ordnung. Ja. In Ordnung. Und genieße. Erledigt. Gut. Kriegen wir noch einen, dass wir wenigstens auf Tausdessen kommen? Zu einfach. So gut wie erledigt. Hier kommt ein Ende. Das soll so gut wie erledigt. Das ist ein Ende. In Ordnung. In Ordnung. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Jo. Zwei haben wir noch gekriegt. Bin unterwegs. Wow. Und sogar zwei Sterne. Und pünktlich zum Ende der Aufnahmesession. Jo. Geht gut ab. Also ja. Die Herausforderungen sind schon auf ihre Art und Weise interessant gemacht. Lustig. Äh. Sie sind teilweise ein bisschen schwer und man muss nachdenken. Die hier war zum Beispiel ein bisschen verbuggt. Dass die Gegner einfach nur rumstanden und nicht gekämpft haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen war es ganz lustig. So. Damit verabschiede ich mich mal von diesem Projekt. Ich werde sehen was als nächstes als Wochenendprojekt kommt. Und vor euch verabschiede ich mich auch erstmal. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Also. Bis dann. Bis dann. Bis dann.